Katze Was machst du? Katze weg vom Hamster Katze Katze Ja ich rede mit dir guck mich nicht an wie Fisch Weg vom Käfig Katze Diese Katze ist so anstrengend Neutralisiert Team Deathmatch CDB die Mission läuft So ich entschuldige mich hier kurz für die Technische Probleme da gerade Ich bekomme gerade mir vor 5 Minuten 5 Minuten 5 Minuten 5 Minuten 13 Minuten Wo ich die Kiste Öffne Fällt mir bis dahin erst auf dass ich mein Mikrofon Gestummt war So dafür entschuldige ich mich gerade Und kann dir gerade zu kurz erzählen Was ich eigentlich da machen wollte Ähm Ja Eigentlich habe ich vor jetzt noch ein paar Freunde aufzunehmen mit Black Bull Oder Black Bull oder Bull Black oder wie wieder Mit Felix Wett oder Äh wie es zu war Mit Fuchs HD auf jeden Fall auch noch ein paar Runden Ähm mit Lost Red Girl Kommt auf jeden Fall auch noch Kommt auf jeden Fall auch noch Werde ich mit der auch noch ein paar Runden aufnehmen Mit Fresh HD Gamer auch noch Ja Ähm Sonst habe ich eigentlich nichts mehr viel zu sagen Ähm Eigentlich dass ich Insgesamt ist nur Der Danke für die die meine Videos wirklich gucken Und die mir auch wirklich sagen wie sie sie finden Ähm Ja Mir ist es eigentlich egal was ihr darunter schreibt Denn sagen wir mal so Wenn ich mich hier wirklich blamiere dann Blamiere ich mich Und nicht ihr Das ist das Was ich hier auf jeden Fall auch noch sagen würde Ist für später hinterher Wenn ich keine Ahnung mehr Abonnenten habe So 100 oder so Keine Ahnung 200 Egal ist auf jeden Fall Würde ich auch noch sagen Mir ist es egal wenn ihr mich in den Kommentaren hatet Und da Ich mach mein Ding Wenn Wenn euch das nicht gefällt Wie ich spiele Insgesamt wie ich meine Sachen aufnehme Könnt ihr ja Oder wie ihr jetzt Gerade guckt Könnt ihr jetzt einfach abschalten Könnt Andere gucken Early Boy Ähm Aimbrot Keine Ahnung Hier Whisker Wasser könnt ihr alle gucken Mir ist es egal wenn ihr weg springt Ähm Mir macht das auch nichts aus Wenn ich jetzt ein paar Abonnenten weniger habe Weil ich denke die wirklich Die Treu dabei bleiben Bleiben auch dabei treu Und nicht denken so Boah Ja voll Scheiße ey Ja direkt Dislike Kommentare haten die ganze Zeit allem Das ist mir egal Total egal Ich mach das so wie ich spielen will Wenn ihr das nicht gut findet Fangt mal selber mit Youtube an Ich weiß Wenn euch Leute sehen würden Und denken Ey was macht der denn da Der redet mit seinem Headset Oder mit seiner Playstation Der ist so total bedeppert Was macht der da Ja Meint ihr das nicht dass das Youtube ist Darauf nochmal zurückkommen will Mir ist das Scheiß Piep egal Wie ihr meine Videos findet Insgesamt Das macht mir nix aus Ihr könnt mich ruhig haten Äh Das ist mir egal Wie Ob ihr mich hatet oder nicht Ähm Da 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 sag ich nur Das ist dazu Das ist mir so hoch wie breit Äh Mehr dazu sag ich auch jetzt Irgendwie grad nicht Das ist halt Das ist halt mir egal Wie das halt ist Ja Wenn ihr wollt könnt ihr auch schnell Links vorsprungen auf Minute 5 Da glaub ich fang ich wieder an zu reden Auf jeden Fall Ähm Das ist mir auf jeden Fall Total egal Alle Oder wenn ihr es hier grad scheiße findet Wie ich versuche jetzt auch hier das Video zu kommentieren Da ich vor und vergesst habe ein Mikrofon auszumachen Das schaltet doch ab Mir ist das egal Ich mach das so aus Spaß Ne Boah Alter ich wird YouTuber Ich verdiene Money hier Ich will Geld verdienen Ey Das ist mir egal Ich mach das vom Spaß her Wenn ich hier wirklich mal wegen YouTube Geld verdienen sollte Ähm Ja ist halt cool Wenn ich irgendwann mal 100.000 Abonnenten habe Ich finde das dann sau cool Äh Ich finde das sau geil dann Weil ich denke Es gibt es viele Leute die versuchen mit YouTube jetzt im Moment anzufangen Und da ist wirklich nach einem Jahr oder so 1.000 Abonnent zu haben Oder 2.000, 3.000 Das ist schon ne herbe Leistung das da Ich denke Das erreichten gerade nicht viele Die frisch mit YouTube anfangen Sag ich jetzt mal so So Ich bedanke mich dann Jemand dass ihr das Wenn ihr es hört überhaupt dass ihr mir zuhört Ähm Und dann noch ein paar Minuten dann Kommt es wieder Dann ist es wieder Also dann kommt meine Stimme wieder Und ja Guckt es einfach mal Guckt es euch wett an Ich weiß Nimm dich das mal zu Herzen Wenn ihr es guckt Mach mir gleich glänzt Kleines Pack Genieß den Rest des Videos Bestechung Bis detten Ein Redfills Enthält Bonus Kryptos Okay Komm machen wir einfach mal Ein kleines Opening Kleines Sag mal du Oh ne Scheiße Die Scheiße Dick ist Kacke Auftrag Gewinnen sie drei Abschlussbestätigt Spiele So eine Runde gewonnen Von 75 So eine Runde gewonnen Von 75 So noch schnell drauf gepackt Tarnung kommt genau noch schnell drauf Oh 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 Okay So wie wir den halten So Dann geht es jetzt direkt weiter mit einer Weiter mit der Runde Zwei Runden denke ich Eine Runde packen wir noch die da Und dann mache ich Schluss Für dieses Mal So eine COD Hoffentlich kriege ich jetzt Mal was Gutes hin So wie jetzt so eine K77 Ich kann ein bisschen beklagen Ich habe jetzt knapp über Seit Wann ist Call of Duty rausgekommen? Am 11 Ne Am 6.11 So Und Da hatte ich halt Eine richtig kacke Internetleitung 165 KB Also nicht mal 1K Für die Die es wissen wollen Also Das ist jetzt viel besser geworden Doch da war noch einer Scheiß Camper Scheiß Camper Scheiß Camper Ich bin nicht mehr negativ Äh Ich bin nicht mehr positiv Äh Ich bin jetzt negativ Ich bin jetzt negativ Äh Check das wäre eine scheiß Puppe Deswegen habe ich geschossen So eine scheiße Jetzt kommt drauf an Los jetzt Oh ne So eine kacke doch feindliche drohne gesichtet da bereit für wirkungsfeuer feindliche vorräte über uns so eine scheiße wir haben noch drei minuten knapp noch zwei minuten worte war schlecht der schuss schlecht hängig sich den ausgaben zogen ich verstehe wie man den spielen kann ich verstehe es nicht a la wakbab katze was machst du katze weg vom hamster katze katze ja ich rede mit dir guck mich schon an wie fisch weg vom käfig katze diese katze ist so anstrengend wieso die die ziemlich gute feuer hat aber es war das war so ähnlich wie die westbein hat mich ziemlich es ist da nicht die banshee oder so wie sie heißt und ich gehe kämpfen jetzt mal die someone so ich mache einen kleinen cut da sind wir gleich für die wieder da. So, da sind wir wieder nach dem kurzen Cut. Hier, da ich die Aufnahme speichern musste. Es ist nicht viel passiert. Immer noch Ladebildschirm. Hier und ich bin mir noch. Da machen wir auf. Dann gehe ich auf. Und ich versuche das noch alles zu schneiden. Ich werde die leeren, die 54i zu fürchten. Kontrolliert die Operation. Alles klar. Komm, wir gehen mal snipen. Dead Dragon. Tisch war knapp. So, eine Scheiße. Hatsko. Ach, nicht mit mir. Boah. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Kam der Färber von hinten. So, zack. Verbündete Drohne nähert sich. So, zack. So, fack. Check erst, ich krieg'n. So. Zack, hier lang. Und zack, hier rein. Na komm, komm zu mir, mein lieben Freunde. Kommt zu mir. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. So. Ist er hinter mir gespawn? Komm her, mein Schatz. Komm her, dich krieg' ich auch noch. Scheiß Assist. Scheiß Assist. Keine Waffe getroppt. Miner Fuck Drohne nähert sich Drohne nähert sich Oh Geist unterwegs So, zack Das wird ne kleine Camperrunde Fuck Kacke Ich hätte gedacht Ich kriege ihn Verbündete Drohne nähert sich Maschine erledigt Drohne nähert sich Boah Ich glaube der Granatenwerfer So eine Scheiße Die Welt sieht zu Sie will einen Sieg sehen Komm her du Arsch Ein Abschluss Okay, okay Na Ja 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 Wo mach ich denn da hin Ich hin gleich von der Welt sind Ich treffen nicht Wie komm ich da her? Äh. Oh, geil. Alter, ich hab besser gespielt wie der Sniper als so. Okay, ich hab auch mehr gecampt. Und das geb ich auch zu, ehrlich. Brötfisch da oben. Da, Brötfisch. Brötfisch. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Das muss so. Watch me where? Watch me nene. Ah, watch me where, where? Watch me nene. Komm. Das wäre so nice. Das wird hier noch Newton. Hm. So. Komm, laden wir mal fertig. So, was haben wir jetzt bekommen Du kaufst nichts, ich kauf nichts Warum verschwendest du meine Zeit So, ich würde dann jetzt sagen Ich beende hier auch die Folge Haben jetzt drei Matches gemacht Die mir sehr Spaß gemacht haben Lass mal ein Like da, wenn dir das gefällt Oder auch mal ein Abo Wenn dir das komplett gefällt, wir spielen insgesamt Es werden natürlich auch noch andere Spiele kommen Wie gesagt, Destiny, Need for Speed Rocket League Minecraft Call of Duty auf jeden Fall auch Und noch andere Spiele Ich habe auch noch Zombie Das ist ein Spiel Fallout 4 natürlich auch noch So, ich sage dann tschau Verabschiede mich Bis zum nächsten Mal